Hallo, ich grüße Sie. In früheren Videos und auch in meinen Printpublikationen habe ich von den enormen Problemen gesprochen, die Lehrende bei der Nutzung von Materialien haben, das andere produziert haben. Vornehm ausgedrückt heißt es oft, Lehrende stehen der Nutzung von digitalem Fremdmaterial ambivalent gegenüber. Fakt ist, viele wollen einfach nicht. Über einige Gründe mag spekuliert werden, einer allerdings ist sicherlich die, ich nenne es einmal die gefühlte, abhandengekommene Deutungshoheit bei fremden digitalen Lehrmaterialien. In einer klassischen Lehrveranstaltung stellten sich Lehrende die, vorwiegend sind es Printmaterialien für ihre Lerneinheiten allein zusammen und behielten die vollständige Kontrolle über die Inhalte. Oft bezogen sie sich ja dabei auf Lehrwerke, die sie nicht einmal selbst geschrieben hatten. Sie nahmen in ihrer Lehre Bezüge zu speziellen Kapiteln oder referenzierten auch einzelne Seiten mit anderen Worten. Lehrende hatten stets die volle Deutungshoheit. Und genau das funktioniert auch bei digitalen Elementen, zum Beispiel bei Lehrvideos, die ja in einer modernen digitalen Lehre wesentlicher Bestandteil sind. Wie das geht, das möchte ich Ihnen im Folgenden anhand von YouTube-Videos zeigen. Die einfachste Nutzung von YouTube-Videos ist die Option Teilen. Ist sie eingerichtet, kann man zunächst per Mausklick die URL für das gewünschte Video abrufen und als Link auf einer eigenen Webseite nutzen. Das Video wird somit geteilt. Will man zusätzlich eine eigene Startzeit für das Video definieren, fügt man der URL ein kleines Attribut für die Startzeit hier time gleich 28 Sekunden hinzu. Der so direkt aus YouTube abrufbare Hyperlink hat also folgende Struktur. Er definiert die Video-URL, das macht YouTube automatisch und fügt bei Bedarf die Startzeit hinzu. Hier sind zwei Beispiele, deren Startzeiten selbsterklärend sind. Mit anderen Worten, wie in einem Lehrbuch, bei dem wir das Lesen erst ab einer bestimmten Seite empfohlen haben, können wir auch in einem Video die Startzeit zum Beispiel ab 28 Sekunden frei definieren. Will man neben der Startzeit auch die Endezeit eines Videos selbst bestimmen, reicht die Teilen-Option nicht mehr aus. Mit der weiterführenden Option Einbetten kann man per Mausklick den kompletten HTML-Code für einen sogenannten Inline-Frame abrufen, also für einen Rahmen, der das gewünschte Video auf einer Webseite beherbergt oder, um im Fachjargon zu bleiben, einbettet. Schauen wir uns diesen Code hier etwas übersichtlicher dargestellt, einmal näher an. Der Code besteht aus den umgebenden I-Frame-Tags. Innerhalb dieser Tags befinden sich einige Attribute mit entsprechenden Werten. So wird mit dem Attribut SRC, was für Source steht, das einzubettende Video definiert, während die Attribute Width und Height die Abmessung des Videos in Pixeln angeben. Soll der Inline-Frame noch einen Rahmen erhalten, kann man dessen Breite über das Attribut Frame-Border in Pixeln definieren. Und wenn man möchte, dass das Video auch im Vollbildmodus angesehen werden kann, sollte das Attribut Allow Fullscreen dabei sein. Entscheidend ist nun das Source-Attribut. Der Einbettungs-Link selbst, der wird ja von YouTube vorgeneriert. Mit den Zusätzen Start und End lassen sich nun allerdings Anfang und Ende in Sekunden und damit exakt definieren. Und mit derartigen Definitionen von Start- und Ende-Zeit eines Videos können Lehrende nun entscheiden, welche Teile eines Videos ihren Ansprüchen genügen und welche nicht. Sie erhalten die volle Deutungshoheit zurück. Übrigens gibt es bei YouTube-Videos zwei Lizenzen. Die Standard-YouTube-Lizenz und die Creative Commons-Lizenz. Für beide gelten die Teilen- beziehungsweise die Einbetten-Optionen. ist ein Video allerdings mit der Creative Commons-Lizenz ausgewiesen, darf man es zusätzlich noch editieren. In unserem Video über YouTube-Lizenzen erfährt man alle Details zu diesen zusätzlichen Möglichkeiten. Ich hoffe, dass vielen von Ihnen die Nutzung nicht-selbst-erstellter Materialien nun etwas leichter fällt. Nutzen Sie die Möglichkeiten dieser Art von Kontrolle und gewinnen Sie die Deutungshoheit auf diese Weise zurück. Bis zum nächsten Mal alles Gute und die besten Grüße aus Marburg.